Mein Name ist Michael und wir werden jetzt gemeinsam diese Stunde reißen. Fett-Attack. Was ist Fett-Attack? Wir werden jetzt schön immer unsere Pulsfrequentierung hochschießen und dann konstant halten, sodass wir eine schöne Fettverbrennungszone haben. Wenn du merkst, es wird zu viel, wir bleiben nicht stehen, sondern bleib am Platz und marschiere nur. Atme ruhig ein und aus und dann setzt du wieder ein, wenn du das Gefühl hast, ich kann wieder weitermachen. Aber tut es mir gefallen, wenn es nicht geht, nicht diese Haltung, sodass wir den Puls nicht nach oben schießen, sondern du klingst dich langsam aus, marschierst und dann geht es wieder weiter. Are you ready? Let's start. Wir stellen uns hin. Dreiß mal die Schultern erstmal. Bereite dich vor. Wir marschieren aufrecht. Los geht's. Nur March. Noch vier. Vier, drei. Wird lustig? Nein? Es wird gut. Komm in den Step-Touch. Come on. So, immer. Tempo ist schön oben. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. March. March. Lasst uns erstmal ruhig aufwärmen. Alright. Step-Touch. Step-Touch. Noch vier. Vier. Drei. Zwei. March. March. Yes. Letztes Mal. Vier. Drei. Noch mal. In den Step-Touch. Aha. Die letzten vier. Meine Lieben. Wir gehen zwei nach rechts. Zwei nach rechts. Zwei nach links. Komm mit der ganzen Fußfläche auf. Letzte. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Step-Touch. Step-Touch. Ja. Komm ein bisschen runter. Stärk. Egal. Noch mal. Zwei nach rechts. Schau hier. Weg ein. Bleib in der Mitte. Step-Touch. Oho. Zwei. Schau. Bleib in der Mitte. Step-Touch. Start. Ein Twist in. Gibst du mir einen Niedel. Step-Touch. Alright. Noch mal. Noch mal. Niek. Lass deinen Rücken gerade. Komm und jetzt rechts. Huah. Huah. Haben wir. Letztes Mal. Hopp. Huah. Huah. Gib den Side-to-Side. Hey. So. Die meisten kennen das, die dies nicht kennen. Der Side-to-Side. Über die Fußspitze. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Wir gehen mit der Schulter leicht diagonal runter. Du nimmst dein Kniegelenk bitte mit. Lass deinen Oberkörper schön gerade. Noch vier. Und vermeide dieses Bouncen. Wir wollen schön stabil arbeiten. Sauber. Komm tiefer runter und versuch dein Kniegelenk zu berühren. Yeah. Nur dein Kniegelenk. Das machen wir noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Wer will, der kommt noch ticken tiefer runter. Versuch dein Schienbein zu berühren. Wenn es nicht geht, bleib schön an deinem Kniegelenk. Die anderen gehen richtig runter. Come on. Are you ready? Von vorne. Zwei nach rechts. Mich. Direkt in den Side-to-Side. Yeah. Nochmal, nochmal, nochmal. Manche kennen das ja vom Kamibu-Kurs. Ist wie ein Yilf, ein Nibu. Kannst du gerne machen. Komm, es wird heiß. Hup. Huah. Huah. Bleib in Bewegung. Letztes Mal. Huah. Ha. Yeah. Marschir, marschir, marschir. Wow. Seid ihr warm? Lass uns loslegen. Ready? Wir marschieren vier nach vorn. Eins, zwei, drei, vier. Komm zurück. Kommt mal ruhig ein bisschen näher. Und kommst du mir. Marsch. Nochmal, nochmal. Easy. Hey, hey. One, two, jump. Kommt zurück. Aha. Bleib in Marsch. Komm, komm. Yeah. Pap, 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 pap. Hey. Noch einmal. Schau. Jump, jump. Marsch. Yeah. Kommst du mir. Zwei Jumping Jack. Kommt. Hammer. Letztes Mal. Yes. Hu, 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 hu. March. Step touch. Step touch. So, wenn du nach vorne kommst. Bleib gerade. Ja, wir lassen uns nicht hängen. Bleib gerade. Noch acht. Sieben. Machen wir noch einmal. Vier. Drei. Zwei. Komm, komm. Jump. No, schau. Cha, cha. Cha, cha. March, march, march. Kommt zu mir. Jump. Hup. Cha, cha. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Bleib nicht stehen. Jump. Zurück. noch zweimal. Jump. Spür, wie dein Puls schön hochkommt. Die ersten Schweißperlen kommen raus. Now. Wenn du willst, nimmst du deine Hand zum Knie. Du lässt bitte deinen Rücken schön gerade. Also vermeide diese Vermehrung. Ja? Das machen wir nicht. Bleib gerade. Dein Knie gelenkt auf der Mitte deines Fußes. Noch acht. Sieben. Come on. Sechs. Ah, feel the power. You got it. Vier. Au. Drei. Letzten zwei. Wow, wow. Wechsel die Seite. Wechsel die Seite. Hopp. Immer mit dem ganzen Fuß aufsetzen. Nicht nur mit der Fußspitze. Come on. Yeah. Alles klar bei dir? Dann gib mir noch acht. Acht. Noch sieben. Noch sechs. Huah. Fünf. Noch vier. Vier. Bleib schon gerade. Yes. Machen wir noch mal. Du gibst mir einen Repeater. Das sind drei Nies. Wechsel die Seite. Jetzt immer drei. Noch mal. Drei. Drei. Yes. Guck, guck. Wow. Don't stop. So. Wer das Gefühl hat, der kann noch mehr. Schau bitte. Dann bauen wir noch was anderes ein. Die anderen machen weiter. Vorne. Tap. Nochmal. Bleib erst mal hier. Komm, komm. Erst mal locker ein Tap. Hey. Knee. So, wer sein Level noch mehr erhöhen will. Geht runter. Huah. Der geht dann runter. Vergiss nicht, einen großen Ausfallschritt nach Krimze zu machen. Yeah. Come on. Das machen wir noch acht Mal. Acht. Sieben. Au. Sechs. You got it. Give it up vier. Wem das noch nicht genug ist, der kann noch tiefer runterkommen. Schau. Hey. Tief. Das heißt, berühr den Boden. Boah. Aber nur wer kann und wer will. Aber wollen zu ihr alle. Are you ready? Step touch, step touch. Wow. Hängen wir dran. Hängen wir dran. Are you ready? Könnt ihr euch erinnern? March. Zwei Jumping Jack. Cha-cha. March. Repeater. Wow. Andere Seite. March. 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 Haben wir. Machen wir noch mal. Alles von vorne. Vier, drei, zwei, go. Jump. Cha-cha. March. Drei. Wechsel. Wow. March. March. Ich weiß, wir können den Level noch erhöhen. Statt March beim Cha-cha. Schau, bitte machen wir den Shuffle. Jumping Jack. No. Cha-cha. Shuffle. Hey. Oh. Hey. Come on. March, march. Ah, super. Letzte Mark. Vier, drei, zwei. From the top. Jump. Cha-cha, cha-cha. Shuffle. Drei. Wechsel. Step-touch. Erste Runde. Es geht noch mehr. Wir haben noch nicht viel verbrannt. Are you ready? Wir bleiben beim Step-touch. Vier, drei. Gib mir einen March. Hey. Step-touch. Ja, du kannst gerne mitzählen. Es sind acht March. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Aha. Nochmal. Hey. Ah. Step-touch. So, wer will, macht einen V-Step raus. Step-touch. You got it? Nochmal. Zwei V-Steps. Step-touch. Uhuhu. Nochmal. Ja. Ihr kennt das ja von den Dance-Klassen beim Cybermood. Ist genau dasselbe. Das heißt, wenn du willst, weil wir einen Fat-Burner machen, bewegt dich, auf was du Lust hast. Ja. Schau. Uhuhu. Step-touch. Gar nicht. V-Step. Jump. Step-touch. Hei, hei, hei. Nochmal. Nochmal. V-Step. Jump. Step-touch. Wir arbeiten auch schön muskulär aus dem Oberschenkel. Nochmal. V-Step. Hey. Jump. Step-touch. Uhuhu. Noch zweimal. Jump. Ich bin schon nass. Ja? Yeah. Letztes Mal. V-Step. Jump. Wir bleiben beim Step-touch. Bleiben beim Step-touch. Das hängen wir dran. Nach den drei Kneelips. V-Step. Are you ready? Alles von vorn. Vier, drei, zwei. Jump. Cha-cha. Shuffle. Repeater. Come down. Wechsel. Uhuhu. V-Step. Jump. Nochmal. V-Step. Jump. Step-touch. Hammer. Kommen wir noch einmal. Dann sitzt er. Ready? Vier, drei, zwei, go. Jump. Cha-cha. Shuffle. Repeater. Wechseln. Wechseln. Zweimal die Step. Los geht's. Jump. Noch einmal. Die Step. Jump. Wir bleiben hier. Marsch. Locker dich noch mal. Aber bleib nicht stehen. Now. Hey. Deine Beine sind gebeugt. Siehst du deine Fußspitzen? Gut. Öffne mal deinen Brustkorb. Mach mal die Fäuste fest. Hey. Nur die Fußspitze. So, jeder für sich. Es kommen deine 60 Sekunden. Ho. Du siehst, ich drehe mein Becken leicht. Das kannst du gerne machen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Au. Vier. Ho. Drei. Zwei. Ein. Marsch. Marsch. Das machen wir noch mal. Nur, dass wir die Arme jetzt anders halten. Ho. Ganz locker. Nimm die Ellenbogen. Schön aufs Schulter hoch. Ah. Sieht aus. Bauch. Bauch. Lock her. Come on. Nur die Fußspitze. Hey, schau. Haha. Are you ready? Acht Stimmen. Come on. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ich hör dich nicht. Die letzten. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Step touch. Du hast es. Lass uns alles von vorne machen. Anhängen. Are you ready? Vier. Drei. Zwei. Komm zu mir. Es geht los. Jack. Zwei toucher. Shuffle. Repeat. Wechsel. 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 Squeeze step. Jump. Nochmal. Hop. Hey. Du hast es. Come on. Are you ready? From the top. Let's go. Jump. Shush. Shuffle. Repeat. Come on. Woohoo. Vier. Jump. Nochmal. Jump. Der Dancefad. Au. Gib mir noch vier. You got. You got. Step touch. Super. La Ferre. La Ferre. Machine. Die letzten. Tief ein. Vier. Drei. Soll wir noch was dranhängen? Soll wir noch was dranhängen? Hey. March. Wir gehen mit dem Level ein bisschen ab. Alright. Ihr könnt euch an den Cha-Cha erinnern, den wir nach hinten gemacht haben. Den machen wir jetzt mal zur Seite. Are you ready? Let's go. Cha-Cha. March. Nochmal. Cha-Cha. March. Cha-Cha. Wer will, kann gerne tanzen. Ja. Banga. Ah. 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 Go. Cha-Cha. March. Come on. Cha-Cha. March. Don't stop. Yeah. Hey. Got it. Hey, 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 hey. Let's do it. Step touch. Step touch. Hängen wir direkt dran, oder? Ab die Cha-Cha. Viermal. Es geht. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wow. Viermal. Step touch. Step touch. So, meine Lieben. Statt den Sprung. Statt den Sprung. Hängen wir immer eine kleine Variation ein. Das erste wird ein Trippeln sein. Mach einfach mit. Schau zu. Es geht los. Cha-Cha. Trippeln. Cha-Cha. Jump. Noch zweimal. Cha-Cha. Jump. Letzte Mal. Cha-Cha. Jump. Step touch. Step touch. Okay. Das erste. Der Trippel. Das zweite. Wir machen Seilspringen. Okay. Cha-Cha. Trippeln. Hey. Cha-Cha. Seil. Cha-Cha. Locker jump. Andere Seite. Cha-Cha. Jump. Step touch. Step touch. All right. Nicht vergessen. Erste. Trippel. Zweite. Seil. Dritte. Die Knie anheben. Are you ready? Es geht los. Cha-Cha. Trippeln. Cha-Cha. Seil. Cha-Cha. Knee. Cha-Cha. Locker. Step touch. Step touch. Also fehlt uns noch eins. Yeah. Den letzten. Genau was wir vorhin gemacht haben. Ein Shuffle. Das heißt, wir nehmen die Beine immer schön nach vorn im Wechsel. All right. 5, 6, 7, 8. Cha-Cha. Trippeln. Hey. Cha-Cha. Seil. Jetzt kommt das nie. Cha-Cha. Nie. Jetzt. Cha-Cha. Shuffle. Step touch. Ja. Hammer. Noch mal. 5, 6, 7, 8. Cha-Cha. Trippeln. Woo. Cha-Cha. Seil. Ready. Cha-Cha. Ha-ha-ha-ha. Ha. Cha-Cha. Ha-ha-ha-ha. Step touch. Ja, da muss ich nicht einmal reden. Also machen wir das nochmal. 4, 3, 2. Hey, hey. Come on. Jetzt kommt die Knie. Shuffle. Step touch. Meine Lieben. Alles von vorne. Oh. Are you ready? 4, 3, 2. Es geht los. Go. Jump. Zurück. Shuffle. Repeater. Wechsel. D-Step. D-Step. Machen wir zwei Runden. Nochmal. Jump. Step. Noch 4, 3. Cha-Cha. Cha-Cha. Huah. Cha-Cha. Wahoo. Knee. Jetzt. Ah, step touch. Du hast es. Ready. 4, nochmal. Wir nähern uns. Go. Jack. Cha-Cha. Shuffle. Repeater. Cha-Cha. Cha-Cha. Guck mal runter. V-Step, V-Step. Ehe, V-Step. Nochmal. Hey. Guck, guck. Noch 4, 3. Cha-Cha. Cha-Cha. Huah. Knee. Shuffle. Hau mehr. Step touch, step touch. Ihr habt es. No, meine Lieben. Lass uns. Drei Runden machen. Dazwischen kommen wir immer in den Step touch. Bereiten uns nochmal mental richtig vor. Und immer die neue Runde mit Power anfangen. Ready. Gut. Bleib im Step touch. Come on. Geh rein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, es geht los. Go. Denkt dran, wer sein Level ruhig höher kann, kann runterkommen. Okay. Yeah. Noch 4. Cha-Cha. Woo. Hey. Knee, knee. Hey. Von vorne. Jack. Zurück. You got it. Repeat. Ha. Come on. Wie, wie. Jump. Nochmal. Ha. Ab. Ihr habt's, ihr habt's. 4, 3, 2, cha-cha, cha-cha. Trippel. Come on. Seif. Sata. Knee. Shuffle. Letzte Runde, direkt von vorn. Go. Kommt zu mir. Woo. Hey. Kuck, kuck. Puh. Ihr habt's. Wie, wie. Wie. Jump. Nochmal. Jump. Dance, dance. Noch 4, 3, 2, cha-cha. Hammer. Come on. Hey. Einmal shuffle. Step touch, step touch. Yeah. Yes. Wollt ihr nochmal? Okay. Dann bleiben wir erstmal im Marsch. Locker im Marsch. 4, 3, hol mal Kiefluft. Atme aus. Bleib aber nicht stehen, sondern spür, wie du dich nochmal zu der zweiten Runde vorbereitest. Hol alles raus. Es ist dein Training. Tief ab. Aus. Step touch. Okay. Was meint ihr? Eins, zwei oder drei Runden? Ah, drei? Power 2. Volle Kanulle. Ohne Pause dazwischen. Are you ready? Die zählen runter. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Es geht los. Ho. Fangs locker an. Banada, banada. Ho, 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 ho. Jetzt. Ho. V-Step, V-Step. Jump. V-Step. Jump. Dance it down. Nimm dein Beckenriff. Noch vier. Wenn du willst, kannst du ein bisschen höher kommen. Cha-Cha. Trippel. Wow. Cha-Cha. Seil. Come on. Cha-Cha. Knee. Jetzt der Shuffle. Zweite Runde. Jump. You got it. Woo. Core. Ah, jetzt geh mal ein bisschen runter. Au. Hup. Jump. Nochmal. Hey, hey. Du hast es. Kommt hoher. Cha-Cha. Ich glaube, ihr schafft noch eine dritte Runde. Yeah. Letzte Mal. Komm, hol alles raus. Letzte Runde. Hopp. Und wir bleiben nur beim Trippel. Und wir bleiben nur beim Trippel. Kommt. Vier. Drei. Zwei. March. Wow. Bleib nicht stehen. Lock her. Bleib im Markt. Spüre, wie deine Herzfrequenz runterkommt. Deine Atmung ruhig und gelassen ist. Letztes Mal tief einatmen. Ausatmen. Ihr wart so spitze. Danke, dass ihr mitgepowert habt. Bis bald. Euer Michael. Ciao. Jawohl. Jetzt dort.